Auf Deutsch Herr, wir beten dich an Herr, wir beten dich an Was haben wir denn noch auf dem Zettel stehen? Noch eins so zum Abschluss, ne? Ich guck grad da hinten in die untergehende Sonne Hier ist grau-blauer Himmel Ja, ich hab hier so eine kleine Raucherlaube Vorne Die hab ich natürlich hinten auch, aber vorne auch Im Sommer ist das schön, dann kommen Gäste Dann können wir uns hier in die Raucherlaube setzen Und ein Weinchen trinken Aber das machen wir dann später Ähm Oder Traubensaft So, noch eins zum Abschluss Abschluss Ähm, ja, ich hab jetzt Kein Überzeugnis hier Ja, ich war, ich war ja Äh Ich war ja auch im Jetzt Vor ein paar Wochen hab ich angefangen In einem öffentlichen Lokal Zu singen Also nicht nur ich, sondern Open Mic Und dann hab ich mich getraut Und dann hatte mich auch jemand gefragt Äh Ja, dann musst du natürlich Gottlieder singen Das ist ja klar Und ich dachte, nee Das ist irgendwie Missbrauch des Publikums Aber ich hab tatsächlich dann eins gesungen Von mir Äh Aber das könnte Das kannst du dann in einem anderen Video Dann mal gucken, wie das gewesen ist Okay